Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity, das September-Massaker. Los geht's! Ich denke, tricoller Kockades ist jetzt passiert. Was hast du gemacht? Ich habe gesagt, »Long live the Republic!« Ein Mann von Prinzipien. Leben ist mehr wert, als Dignität. Aber das ist das, was passiert, wenn du die Regierung zu half-starben, und die Regierung zu blöden, zu blöden, Blöden. Ruhig. Ich wollte ihn auf einen aus-the-Way garrison. Aber der Mann hat den Namen, »Friends in High Places««. Er ist unbezüglich. Aber du wissen, wo ich ihn finden kann. Die Wahrnehmung ist, dass er und seine Kronie, planen auf dem Grand Châtelet zu gehen. Wenn er mit einem Schaden treffen würde, in der Franschsie würde es nicht. Mein Karriere sicher nicht. Na gut. Na gut. Praktisch dein Gespräch. Okay. Hört sich ja schon mal nicht so gut an, das September-Massaker. Und das Spiel lädt wieder. Ewig lange. Acht? In der Hand. In der Hand. In der Hand. Was ist mit dem Typen falsch? Okay, das Gebiet der Kunden für Gelegenheiten sorgen. Zugänge 5 von Stücke 2, Geheimzugänge 1, Wachen 40. Bist du behindert? Okay, Leute. Heute verkacken wir die Scheiße nicht. Oder vielleicht doch. Wir gehen übers Wasser, Leute. Oder besser gesagt, über den Hafen. Ja, spring doch rüber, du alte Schlampe. Ja, genau. Da kann er es natürlich. Nein, nein! Bring mich zurück! Bring mich zurück! Das müsste der Geheimzugang sein. Oder auch nicht. Verpiss dich. Okay, da kann er natürlich wieder überall umwachen. Kann er dann nirgends rauf, der kleine Junge. Aber ich glaube, das ist sein Eingang. Okay. Alter, die Mission ist nicht mal so leicht, weil da kann man nirgends raufklettern. Okay. Einfach mal plündern, aber wie komme ich darauf, das ist jetzt immer noch ein Rätsel. Hier können wir wieder... Ah, vielleicht... Ja, das könnte funktionieren. Jawoll. Okay. Können wir hier vorbei auch? Fragezeichen. Ah, das könnte funktionieren. Was? Ja, genau, geh rüber. Alter, was ist eigentlich mit ihm? Kann der eigentlich hier... Was? Alter, der will mich verarschen. Er kann normalerweise alles, aber das kann er nicht, okay. Ja, jetzt kommt er natürlich auch rüber, auch nicht mehr. Alter, so ein hiniger Hornsohn. Wo ist denn der jetzt schon wieder gewesen? Einfach ruhig hier stehen bleiben. Sehen wir die zwei da drüben töten, dann kann ich die zwei ausschalten. Nö, Leute. Ja, jetzt, 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 lauf. Ja, danke, danke, er hat beide genommen. Ich hab mir gerade gedacht, er nimmt nicht beide, der Idiot. Wunderschön. So, und wie kommen wir jetzt hier weiter? What the fuck? Er hat uns da auch Probleme. Okay. Alter, wo soll ich hier weitergehen? Was hat mir das hier drinnen jetzt gebracht, Leute? Okay, wir müssen hier irgendwie was anderes finden. Das ist möglich, komm, du kannst doch sonst immer so hochklettern. Ha, geil, Leute. Geil. Oh, net Ruhe. Die holen wir uns natürlich. Aber mit Dietrich, nein, das vergessen wir wieder. Das kann ich so und so nicht. Wie kann ich das abbrechen mit E? Was ist das hier? Okay. Ah. Okay, dann stehe jemand. Ja, ich will dir zwar eigentlich nicht töten, das bringt mir nichts. Wobei, da steht töten, ne? Wobei, was bringt es mir? Geht nicht! Geh rauf! Okay, ruhig, 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 ruhig. Drei, vier Tüten. Okay, okay, okay. What are you waiting for? Silence! What are you waiting for? More traitors to deal with. Look at these post-bastards. Bet they weren't fed on bread and water. Keep still. Action. Keep an eye on them, bustards. Wake up. No food today. Don't make this harder on yourselves. Das ist genug! Watch the men! God will judge you! Don't be dead soon enough! Sons of bitches! Silence! Hands where I can see them! Monsters! Time down! One more time's your last! Wake up, you lazy quiet! No sudden movements! Get out! No tricks! This is human! Don't move! If they try anything, shoot them! You'll go to the guillotine for their... Ja, klar! Alter, jetzt... Ich will den endlich plündern! Don't make this harder on yourselves! Sons of bitches! Silence! Wunderschön! So, jetzt... Den anderen Typen da... Der gerade natürlich aufgewacht ist... Okay, der ist direkt über mir der Typ! Alter, wie geil ist denn das? 25 Meter bin ich nur empfehlen! Ich frag mich, was der Typ da hinten jetzt macht! Ich frag mich, was der Typ da hinten jetzt macht! So, jetzt geht der jetzt so her... Jetzt müsste der da sich hindrehen und jetzt ist der andere gefickt! Oh fuck! Ich warte, bis der wieder nach hinten geht! Am besten! Ich warte, bis der wieder nach hinten geht! Am besten! So, jetzt du, hau deine Fliegen weg! Komm, 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 komm! Schlaf wieder, schlaf wieder! Du musst wieder schlafen, Junge! Ja, aber jetzt hol ich dich! Wir kleinen Mistgeburten, Alter! Die Mission ist wenigstens mal ein bisschen möglich, ne? Kann man ja gerade noch schaffen, ey! Ist da noch irgendwie jemand... Medizinvoll! Ja, jetzt sind wir hier ausgerüstet für den Krieg! Ja, geh halt! Ich will ihn töten! Ja, geh durch! Jawoll! Das läuft, ey! Steh noch ein bisschen länger! So! Wir brauchen so und so Kohle! Ja, genau! Ja, ja, klar! So, jetzt können wir hier den Turm hin hoch... ...hinauf gehen! Alter, hin hoch! Ist mit mir! Okay, so! Langsam! Da kann nämlich jemand sein! Okay, da ist auch schon... ...nur noch 31 Meter entfernt unser... ...schöner Freund, den wir töten müssen! Aber hier scheint eigentlich alles safe zu sein, ne? So, hier stehen wieder zwei! Hier nichts! Ah, okay! Da ist einer! Uh! Oh! Oh! Boah, jetzt wäre ich fast aufgestanden, ey! Da draußen sind auch einige! WTF, wie soll ich das jetzt bitte schaffen? Kann ich da nicht noch... Äh, was ich mich hier gerade frage, kann ich noch weiter die Treppe hinauf? Nein! War mir ja klar... Oh! Was ist das? Ach, scheiß drauf! Die Frage ist jetzt, wie ich die töten soll, am besten. So! Da draußen stehen nämlich auch wachen. Und sie sehen mich sicher, wenn ich die töte. Und da stehen auch zwei. Irgendwie ist das gerade ein bisschen behindert. Ja, jetzt nehmt der nur einen! Oh! Das ist ja, ich werde nicht mehrmals verlieren! Oh! 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 kann ich sogar schon ein bisschen das kämpfen, wir haben zwar keine Rauchbomben mehr, aber egal, die kriegen wir jetzt wieder, wenn wir die plündern, die Typen, die haben sicher irgendwie Rauchbomben oder so scheiß eingesteckt, aber ja, wir haben sie zumindest geholt, okay, Rauchbomben hat keiner von diesen Spastis, dann rüsten wir mal an diese Betäubungsdings aus, Munition haben wir erhalten, also das ist schon mal nicht schlecht, ah, den können wir noch plündern, so, ich bin jetzt genau unter dir, du Sack, ich hole den so weg, ja, und jetzt komme ich hier nicht raus, oder wie, wollt ihr mich verarschen, will das Spiel mich verarschen, ja, hier ist zu, und das bringt eigentlich, ah, da ist ein Fenster, okay, wir müssen das jetzt schaffen, irgendwie, nein, fuck, ja, ja, komm, go, go, ja, Leute, wir haben es geschafft, wie geil, raus hier, Junge, so, und jetzt geht's rauf, um ihn zu töten, den Bösewicht aller Bösewicht, oh, fuck you, so, oh, Alter, ruhig, Junge, okay, kann ich den runterziehen, frage ich mich eigentlich, ist das möglich, aber ich will jetzt nicht, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, wird jetzt nicht wieder von vorne beginnen, hm, markiert wird mir der nicht, ne, nein, ich kann den nicht runterziehen, aber ich gehe lieber auf diese Seite, das vielleicht besser, hm, ich glaube, ich gehe mal darauf und verschaffe einen Überblick, ich gehe auf, du spasst, hm, boah, leckst du mich am Arsch, die muss ich als erster töten, da oben, ey, ja, ich hole euch jetzt so weg, also ihr braucht euch hier nicht anscheißen, okay, so sehen wir dich nicht, äh, sehen die mich nicht, ist natürlich ein, ja, Alter, go, okay, ich probiere mal einfach, ich gehe mal einfach da rauf, spring, ja, geht doch, ja, geht doch, warum, was soll das jetzt, warum, stirb ich bitte jetzt, warum bin ich jetzt gestorben, wollte mich verarschen, was für eine behinderte Scheiße, Alter, das Spiel ist einfach so verpackt und verschissen, ey, kommst du! basically, Nein, du, du. Kommst du, da! Also du, sieh 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 sieh, Vielleicht deswegen. So. Und jetzt gemütlich warten, bis sie sterben. Am besten ich töte den einfach mit der Kanone. Mit meiner guten alten Kanone. Ja, trifft er nicht. Trifft er nicht. Bin ich zu weit entfernt. Glaube ich fast nicht, Alter. Das gibt es nicht. Sieht eigentlich nicht so aus, ne? Okay. So, die zwei Runden müssen wir eigentlich als erstes töten. Am besten. Ja, geh runter, du Idioten-Kind. Geh runter. Danke. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ja, jetzt kommen die natürlich auch. Ach, komm schon. Alter Schwede Alter Schwede Alter Schwede Geilste Mission ever Alter If you have orders to remove us from this hall, you must also get authority to use force, for we shall yield to nothing but bayonets! Ease, to minister to govern, to govern is to reign. Das ist die essence des Problems. Mr. Mirabeau. Pathetisch, nicht wahr? Wahrscheinlich, France ist besser. Was war das? Roy, clean up your messes, Ty. I told you I could make him talk. You've done well, Captain. Breathe. The price of grain is higher than ever, Grandmaster. Our agents are in place to divert the shipments to our docks. They wait only your command. Good. Starve them. Through famine and fury they will see their false masters for what they are, but do it gradually. What you're asking will take at least a year, Grandmaster. If not, two. Aus dem Gebiet fliehen. Das könnten wir schaffen. WAKE HERE! Okay, wir werden sterben. Oder? Werden wir sterben? Nein, wir werden nicht sterben. Denn wir sind sehr gut. Wie geil! Wir haben sogar die Mission ohne irgendeinen Fail geschafft, ey. Okay, den einen, wo ich auf den Turm geklappt bin, aber das habe ich nicht wissen können. Wunderschön. Kleiner Homo. Fortfahren. So Leute, aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Ciao, bis zum nächsten Mal.